Könnte eine Energie auch telefonieren? Vor allem können sie kochen, leuchten, wärmen, tanzen. Naja, vielleicht nicht so, aber so. Und ab jetzt kann eure Energie noch etwas Neues. Telefonieren. Denn bei EWE bekommen unsere Strom- und Datkunden 120 Euro bei Abschluss eines Mobilfunkvertrags. EWE. Damit's zu Hause und unterwegs läuft.